Jaguars Spiel mit dem Ballknall Der dritte liegt daneben und sieht zu, was die anderen machen. Mann, benehmt euch doch mal. Guck mal da, die Elefanten. Was machen die denn da? Boah, nee, jetzt sind wir nass. Haha, jetzt sind wir geschützt. Der Tierflieger kommt an den Zaun des Kokodilgeheges und wirft ein Stück Fleisch ans Gehege. Mh, lecker Fleisch. Das gehört mir. Gib das her. Mh, mach ich nicht. Na, warte. Niemals. Oh, was ist denn da los? Mh, das sieht ja lecker aus. Das ist ja lecker. Das ist jetzt meins. Tja, wenn zwei wir streiten, dann freut sich halt der dritte. Ich habe Hunger. Wir haben Hunger. Lass uns doch ums Essen kämpfen. Okay. Ich würde geringen. Nein, nein, ich bin gar nicht. Oh nein, wir kommen hier auseinander. Genau, wie sind wir auseinandergekommen? Tschüsschen, mir hat das Futter gar nicht wurscht, ich hau jetzt auf mich. Mir ist das Futter jetzt ganz egal, ich hau jetzt eh ab. Ciao, ciao. Amigos, Ende. Es ist ein schöner Tag im Affengehege. Es ist ein schöner Tag im Affengehege. Amigos, Ende. Untertitelung des ZDF, 2020